ich habe gar keinen plan was ich eigentlich mache ja du nimmst hier den schnur und steckst es in seinen mund der gfing gefällt ist jetzt ein stück war in ordnung wir sind sicher auf was geändert und einzuschauen seit dem kopf nach vorne und besser hinein zu blicken zu können aber dann streckt der mund dabei seine zunge heraus schlürf was zum henker dort wo uns die zunge abgelegt hat beginnen wir eine wärme zu führen die sich allmählich über seinen ganzen körper ausbreitet wurden geheilt und die wand gelehnt heute ist normal in uns mal wird dies da was soll er machen wer damit ich nehme die abgegriffene lederrolle in meiner hände und untersuche sie hey was ist das daheim ninja trainingstechniken frage ich sarkastisch lächelt schwachen holt mit den augen ich löse das band und öffne die rolle wo jetzt mit symbolen sind den längen auf die rolle geht geschrieben steht eine menge es wirkt als ob es eine weile gedauert hat das zu schreiben der kit aus meinem gesichtsausdruck schließt dass etwas wichtiges sein muss kommt sie rüber und wirft einen blick herauf wo es ist eine imperiale kotafel sie wird für die informationsübermittlung hinter der feindlichen linien benutzt wirklich ich kann nichts davon lesen du musst uns zeigen wie wir dieses ding benutzen können wieso sollte ich das tun es wurde die geheimhaltung es wurde die es wurde die geheimhaltung ruinieren sagte sie und huscht davon vielleicht kann sie es auch nicht lesen okay gut was machen wir mit den großen alten fetten felsen praktiziert hast dich so einfach auf ihn scheißen ganz ehrlich scheiß auf ihn wird sagt er sagte ich geht sie sollte ihr zeug weg kommen irgendwas gibt mir das gefühl dass keiner von diesen gegenstand das ist was er will es muss also seine will ergeben das passt wir haben es wahrscheinlich noch nicht gefunden wir müssen unsere augen offen halten nach einer kurzen strecke weil ich meine absehung zur rechten liegt genau ja die treppe nehmen ich folge die sprung wobei ich hoffe dass es gleich gewisse verlieren ist an der oberen ende des gewisses zum studierzimmer folgen gegangen nach einer bei landet einer gegeweizten holztür ich glaube hier ist das studie hier ist das stelle eintreten wie soll das lehne buch hier sein ich gebe ich viele lehne bücher okay zeit diesen schlüsse zu finden sagt die kid während sie umringt von den reihen von büchern in der mit in die mitte des raumes tritt wo hat das verrückte spiel wo hat der verrückte spiegel gesagt dass wir ihn finden können hey search pass auf wenn ich mit ihr rede ich dachte du hättest mit dir gemerkt welches buch es war also welches ist es ist es es war lila es vor der linie ja es ist das vorne mit dem linie einen einwand oder die tritt an das fordere regal das lila das lila hier ist dieses jetzt sieht sich ein buch aus sondern mit langen regal ich hoffe es dann zu als ihr als siehst du in der augen verhängen sich wie die einer katze als die seite zu seite voller serzer mal gewonnen gewonnen als symboli ließ die neo epoch wurde beschädigt und ohne hasenverschiebung in den welt herum gesteuert warnung warnung antrieb er ist nicht beschädigt er beschädigt der leistung ist auf 30 prozent zurückgegangen nur noch sechs anti partikel geschossen übrig schild reichweite 15 sektoren 16 sektoren drehungsreaktion auf den steuer war back die feindliche fotte kommt auf uns zu ja doch wach auf hier kommt er benutzt eure letzte kraft was ist das es hört mich an morgen geht nichts hör auf meine geduld zu schraubazin selbst welches buch ist es um mann sein lilan ist das war dann das hintere lilaner ich bin ziemlich hier dass das lilaner buch da drücken glaube ich welches wo ich sehs ich sie an ihnen drin ja ich schaue doch mit dazu als sie es öffnet als sie durch die seitenblätter fällt plötzlich als messer messen schlüssel aus dem buch und schleppert und scheppert zu boden in ordnung der schlüssel das buch beiseite werfen bückt sich keter nun da und zert blickt ihr ganz tief in den arsch und greift nach dem schlüssel ihre augen leuchten auf als sie ihren in ihre hand vertrottet wir stürmen aus den studienzimmer begriff darauf zu sehen was uns in der schatzkammer erwartet magie folgt uns aber einen moment später nachdem er das buch wieder ins regal gestellt hat schlose gegen kitty drinnen naja ich halte luft und versuche das alles zu lauschen das kommt klar klar klark irgendwas bin ich auf dem weg auch wo uns das uns gelernt vielleicht angreifen ich schließe ich nicht mal vor und das ist ja sowieso immer das gleiche auch auch k auch Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Klagen hat. Kit versteckt sich unter einem Berg Goldmünzen. Schnell, versteck dich, Kumpel. Ich blicke mich weltweit in den Raum um. Da, da drüben in der hinteren Ecke steht ein leeres Schatzvögel hinter der Säule. Ich stelle mir dorthin, klettere hinein und schließe den Deckel. Was mit den Eisenvögel passiert? Sieht aus, als wäre keiner da, Boss. Das ist seltsam. Bisher hat es niemanden geschafft, diesem alten Ding zu entkommen. Vorsicht, den Deckel öffnend... Was? Wir sehen uns im nächsten Part.